Hallo, wir sind Melanie und Sabrina. Herzlich willkommen oder willkommen zurück zu unserem Kanal 2&Cooks1Kitchen. Wir lieben Soßen vor allem du und grün. Ohne Soßen geht das überhaupt nicht. Deswegen zeigen wir euch heute unsere drei Top-Grill-Soßen. Orientiert haben wir uns da an unsere drei Lieblingssoßen. Es wird eine Barbecue-Soße geben, es wird eine süße Chili-Soße geben und eine Sour-Green. Starten wir am Start. Und am besten ihr vergesst ohne gekauften Soßen, denn unsere Soßen werden euch begeistern. Als erster starten wir mit der Barbecue-Soße. Dafür nehmt es euch einen Topf her und gebt alle Zutaten hinein. Beginnen tun wir mit dem Ketchup. Ihr braucht insgesamt 500 Gramm Ketchup, 90 Gramm Essig, 90 Gramm Wasser, 1 Esslöffel Rochester-Soße, 35 Gramm braunen Zucker, 1 Teelöffel Knoblauchpulver, 1 Esslöffel Zinpulver, 1 Esslöffel Karienpfeffer, 1 Esslöffel geröchertes Paprikapulver, 1 Teelöffel Kurkuma und 1 Teelöffel frisch gemahlener Schwarzenpfeffer. Die Soße lasst jetzt bei mittlerer Hitze unter ständigen Rühren aufkochen, bis es einmal blubbert. Da uns noch sowohl ein bisschen Glanz und ein bisschen Süße gefehlt hat, geben wir noch zwei Esslöffel Honig hinzu. Und wenn die Soße dann für fünf Minuten leicht geblubbert hat, könnte sie vom Herd nehmen. Die fertige Soße füllen wir jetzt in ein Soßenflascherl ein, lassen sie dann abkühlen und geben den Deckel drauf. Als zweite Soße machen wir eine süße Chili-Soße auf Mayonnaise-Basis. Bei der Mayonnaise könnt ihr natürlich eine frische Mayonnaise machen, aber dann haltet die Soße maximal eine Woche. Deswegen nehmen wir die fertig gekaufte Mayonnaise im Glas und da könnt ihr es locker einen Monat im Kühlschrank aufbewahren. Ihr braucht insgesamt 500 Gramm Mayonnaise, 55 Gramm Ketchup, 250 Gramm Honig, 90 Gramm Apfelessig, 1 Teelöffel Worcester-Soße, 1 Esslöffel Knoblauchpulver, 1 Esslöffel Zwiebelpulver, 1 Esslöffel Paprikapulver und 1 Teelöffel scharfe Chilis. Die Schärfe könnt ihr natürlich nach eurem Geschmack anpassen, aber für uns hat 1 Teelöffel von diesen scharfen Chilis gereicht. Wenn ihr die Soße dann gut verrührt habt, füllt ihr sie in ein Soßeflascherl, schrauft sie gut zu und schon hat ihr die zweite super Grillsoße fertig. Als dritte Soße machen wir eine Sour Cream. Dafür löst ihr den Zucker im Essig auf. Der Zucker hat sich jetzt komplett aufgelöst und jetzt gibt es alle anderen Zutaten dazu. Ihr braucht weiters 500 Gramm Mayonnaise, 250 Gramm Sauerrahm, 1 Esslöffel Salz und 1 Esslöffel Knoblauch sowie Zwiebelpulver. Das ist alles verrückt gut mit einem Schneebesen, gebt die fertige Soße wieder in ein Soßenflascherl, verschließt sie gut und schon habt ihr super leckere Sour Cream und unsere Grillsoßen sind fertig und bereit zur Verkostung. Die Barbecue-Soße, ein Klassiker schlechthin und perfekt für gegrilltes Fleisch. Ob Spare Ribs, Schweinefleisch, Rindfleisch, Würsteln. Tschüss. Das war voll die Soße. Das ist ein Wahnsinn. Hammer. Ach, wie scharf. Hammer. Richtig gut. Gibt es zweite Soße? Mhm. Die süße Chili-Soße. Passt herrlich zu Hühnerfleisch, Fisch, aber auch zu gegrillten Kartoffeln. Kass. Kass. So ein Halloumi. Ehrlich. Die schaut so cool aus wegen diesen kleinen Chilis, die, die wir da reinschneiden. Ich würde nicht sagen, aber sie schaut aus wie gekauft, aber schmeckt es eben besser. Ja. Tschüss. Oh. Krimig, süß, scharf. Wow. Jetzt kommen wir zu unserer letzten, der Sour Cream. Ja. Auch ein absoluter Klassiker schlechthin. Und die Soße für Kartoffeln. Ja. Wenn wir uns ehrlich sind. Aber passt auch gut zu Gemüse. Ja. Voll. Ein Traum. Super lecker. Alle drei Soßen. Super lecker. Sie haben einen Check verdient. Gekaufte Soßen sind ja schon echt lecker. Oder selbstgemachte Soßen sind geschmacklich dauernd. Und die Vorteile auch. Sie sind nicht nur erstens viel besser als die gekauften. Sie sind auch zweitens einfach günstiger. Und drittens, ja, ihr wisst ganz genau, was drinnen ist in den Soßen. So ist es. Also, bei der nächsten Grillpartei probiert es diese drei Soßen aus. Lasst uns wissen, wie es euch schmeckt. Und wir sagen, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachkochen. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. So, jetzt werden wir uns den Griller anwerfen. Ja. Geht's los? Ja. Eins, zwei, drei. Geht's los. Schaut man das? Wir hosten noch oft, gerne. Kauf den Soßen. Na, und die... Die sind so, ich bin ein mal auf. Ich bin ein mal auf. Ja, ich bin ein mal auf. Ich bin ein mal auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017